Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Call of Duty Ghost und zwar spüren wir eine Runde Herrschaft. Gucken wir uns das mal an. Das ist quasi eine Art Dominion Mod. Also auf der Map sind drei Punkte. Die muss man einnehmen. Da ist B. Dann latschen wir mal zu B, ne? Okay. Macht nix. Hauptsache B ist gesichert. Man darf also nicht abwarten. Direkt am besten Granate schmeißen. Geht los. Feindliche SATCOM gesichtet. Bravo wird gesichert. Wir verlieren ARSK. Wir haben Alpha verloren. Bravo gesichert. Der Feind hat ARSK. Shit. Habe ihn. Wir gehen nach C. Würde ich sagen. C wird gesichert. Alpha wird gesichert. Wir verlieren Bravo. Schade. Ja, das ist halt ein Großfolie, dass ich die Maps nicht kenne. Der Feind hat Charlie. Alpha gesichert. Bravo wird gesichert. Wir verlieren Alpha. Wir haben ARSK verloren. Wir gehen mal zu C. Wir gehen mal zu C. Ich bin nicht der Einzelne der nach C läuft. Das ist natürlich wieder Kacke. Alles klar. Wir werden gesichert. Aha. Abschusskamera. Was war denn das? Irgendeine Mine? Ich habe nichts gesehen. Hat nur ein paar mal gepiept und dann war ich weg. Ja, ich bin leider ein absoluter Kack-Noob hier in dem Game. Ja, ich habe Call of Duty gespielt. A wird gesichert. Ich sehe gar nichts. Wir verlieren B. Hab Call of Duty gespielt. Da war es noch im World War 2 Modus. Der Feind hat A. Und jetzt hier mit den Perks und allem Scheiße kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ganz und gar nicht. Und ich sehe leider auch nichts und niemand. Ich weiß noch nicht mal, wie man die doofen Köter ruft. Und in der Mega-Anleitung hier steht er natürlich nicht drin. Dann hast du eine Granate. Ja, endlich. Komm weg, sagt er. A wird gesichert. Drecksköter. Also sieht ganz, ganz übel aus, würde ich sagen. A gesichert. Wir verlieren Alpha. Ich sehe gar nichts. Wir haben A verloren. Null. Da habe ich einen gesehen. Holt euch die Positionen. Sie dominieren. B wird gesichert. B gesichert. Super. Jetzt habe ich endlich mal einen gesehen. Ist der schon tot. Satcom-Verbindung aktiv. Was soll das sein? Soll ich den Kopfhörer verkehlt rum? Oh, wo kann er ganz? Nein, nicht. Wir verlieren B. Nein. Wir haben B verloren. Die schnelle Oma, die nennt den Scheiß. Wir verlieren B. Nein. Wir haben B verloren. Die schnelle Oma, die nennt den Scheiß. Ich sehe nichts und niemanden. Bin dauer tot. Yeah, ich habe einen getroffen. Verbindete Satcom-Verbindung aktiv. Yeah, noch einen getroffen. Verbindete Satcom aktiv. B wird gesichert. Der Feind hat B. Ich habe einen gehört. Ich habe niemanden gesehen. Das nervt mich ein bisschen. Das ist unübersichtlich, finde ich. Also mehr als unübersichtlich. Ich sehe keine Sau hier. A wird gesichert. Warte hinten rüber. A gesichert. Unglaublich. Soll ich dich hier verkrauche jetzt? Ich passe jetzt mal auf A auf. Oder versuche zumindest. Verbindete Satcom aktiv. Zack. Schön gehocken. Ja, das kann man hier prima. Abcampen, ne? Schön aufpassen. Da ist unser Mann. Zack. Wir verlieren A. Wir haben A verloren. Der Feind hat Alpha. Kann nicht angehen, nicht? Zum Kotzen. Wie setze ich denn meine schwulen Punkte ein hier? Ja. Wenn das einer weiß, wäre ich ja echt. Mit Q schmeiße ich Granaten. Prima. F. Ich sehe keinen. Alle Punkte eingenommen. Positionen verteidigen. Wir verlieren A. Nehmen wir nicht. Verbindete Satcom aktiv. Hilfe. Hier verkrauchen. Habe ich nachgeladen. Bin ich gespannt. Ob ich jetzt mal halten kann. Jetzt müsste er hier um die Ecke kommen. Ne, der ist drin. Wer hat den? Sehr gut. Jetzt nicht mehr. Der kommt nicht rechts raus. Wenn ich richtig liege. Hier. Weil einer von denen. Jo. Tatsache. Scheiße. Okay. Abcampen. Wir verlieren Alpha. Wir liegen in Führung. Wir haben Alpha verloren. Der Feind hat A. Wir verlieren Bravo. Kann ich sein? Was ist denn das für ein Scheiß? Wir haben Bravo verloren. Der Feind hat B. Da hast du schon dreimal gesagt. Bravo, Bravo, B. Also. Was willst du, Apfel? Bravo wird gesichert. Da ist ein ungeschütztes Ziel. Werferhandgranate. B wird gesichert. Verbindete Oracle über uns. Verbindete Satcom aktiv. Tja. Wehe gesichert. Wo komme ich da hin? Jo. Satcom Verbindung aktiv. Alpha wird gesichert. Wir gewinnen diesen Kampf. Ja, wir gewinnen. Gut, dass ich mitgeholfen habe. Feindliche Satcom gesichtet. Wir haben Alpha verloren. Kann nicht angehen. Wir sind zu dumm zum Scheißen. Der Feind hat Charlie. Wir haben B verloren. B gesichert. Schönen, schön. Schönen, schön. Ja, da ist, äh... Campen von zu wen? Auf jeden Fall. Jetzt glaube ich hier die Devise. Charlie wird gesichert. Wir haben die Führung verloren. Moment mal. Alpha wird gesichert. C wird gesichert. Komm. Der Feind hat A. Charlie gesichert. Feindliche Satcom gesichtet. Wir verlieren B. Bleib hier bei C. Wir liegen in Führung. Schönen, ruhig bleiben. Schönen, ruhig bleiben. Schönen, 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 schönen. Schönen, 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 schönen. Ich muss unbedingt die Maps kennenlernen, sonst habe ich hier nie eine Schnitte. Halt's Maul. Dann muss ich mich selber mal angucken, die Wiederholung. Also teilweise, ich sehe die Leute wirklich gar nicht. Brauche ich eine Brille oder so? Keine Ahnung. Ich sehe die Leute einfach nicht. Und? Haben wir jetzt gewonnen. Hi, hi, hurra. Das war furchtbar, aber das war ja nicht gut. Das war kacke. Ja. Super. Der Hund hat den letzten niedergerafft. Wo stehen wir denn? Ach du Schande. Ich bin auch noch dritter. Oh mein Gott. Wie schlecht ist das denn? Na gut. Oh, schnell. Habe die Ehre. Oder? Ne, geht noch. Noch ein paar Sekunden habe ich Zeit bevor die nächste Lade Dings durch los geht. Ja. Ja, wenn einer von euch weiß wie man die bescheuerten Perks einsetzt. Also vielmehr diesen Köter zum Beispiel oder was. Ich habe keinen Plan wie der Dreck funktioniert. Dank idealer Anleitung und nicht funktionierende Solo Kampagne. Kriege ich den da gar nicht raus. Total für den Arsch. Na ja, ok. Ja. Uh, schnell. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss.